Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Leech of Legends. Ja, wir starten gleich wieder in die Solo Queue der Rangliste. Es sind noch immer Diamant 4, diesmal leider mit 0 Punkten, da ich meine letzten zwei Spiele verloren habe. Schauen wir mal wie es jetzt geht. Ich bin gleich einmal mit Autofill, also ausfüllen, in die Rangliste gestartet. Das heißt zu 90% nach meiner Erfahrung nach Support. Dann spiele ich heute Support Morgana. Mit Ignite, weil das die Caitlyn wollt, weil wir gegen so Aracca stehen. Normalerweise spiele ich immer Exhaust, aber okay. Ignite ist auch okay, ist alles okay. Ja, wir haben einen Korki in der Mitte gegen Katus. Das kann sehr interessant werden. Sind beide Chanks, was man nicht so oft sieht. Eigentlich, in der Mittelein zumindest. Der Korki. Katus sieht man nur in der Mittelein. Oder manchmal in der Jungle, das war eine komische Zeit. Ja, dann starten wir ins Spiel. So. Dann richten wir uns da ein, dass ich weiß, wer wo ist. So, so da. Ja, du Exhaust feels bad main Riven. Ja. Ah ja, wir haben einen Riven Toplane, was ein Main Riven ist nach dem Namen nach. Und der Gegner ist ein Katus Main. Na juhu, das kann interessant werden. Ja, Exhaust ist gegen die Riven. Kacke. Also, blockiert sie richtig ab. Aber hey, ich bin Morgana. Da sind sie, nein. Da, es ist dann fertig. Ingenie deiner steht. Ein Apple Pen. Daneben. Kennen, was willst du? Ah, ich hab gleich Morgana drauf. Wow. Morgana, der Kuh. Wahnsinn. Morgana, so racker, sag ich. So, warten wir gleich einmal ab. Was nicht nochmal kommen. Leasing hat sich gleich verkreut. Pen, Pineapple, Apple Pen. What the fuck? Ist das Schwierigin zu Insider, den ich nicht kenne? Naja, auch egal. So. Also, null Punkte wäre es besser, wenn ich das gewinne, sonst steige ich ab. Wie immer gebe ich mein Bestes. Ah, ja. Verketten bin ich nicht so der Fan. Ich weiß nicht, ich finde, das ist... Ah, jetzt sehe ich, ich meine, er hat konstanten Schaden, aber nicht wirklich diesen Burst. Aber okay. Schau mal, wie wir synergieren. Wenn ich einen Stunt rief und sie gleich die Falle darunter legt, ist alles okay. Ja. So, Hacker, so, Hacker. Was pingst du mich an, ha? Scheiß dich nicht an, ich bin eh da. Oh, hey, heck! Da ist das Dam públic, besonders gut. Wie wenn ich einen K Brennen-Fam. Ich will jetzt halb an den Spiel mal dran sein. Junge, die regen schon wieder so viel? Ist das unglaublich? Also, glaube ich, dass wir das rauskommen können. Soraka ist ein richtig agri-chämter vor der Team. Komplexes Champ, der das sein wird. Da war der Thunderlord Brock. Es ist komplett egal wie man Soraka poked, sie hält sich einfach auf mit ihren Scheisskuchen. Aber Catelyn ist wenigstens ausgegangen. Bei Soraka Losing ist es eine von den wenigen Lanes, wo ich wirklich den Supporter fokussiere. Gegen Soraka muss man Soraka fokussieren, das geht sonst nicht. So, jetzt habe ich die Pfütze. Eieieiei, der Stun war schlecht. Das könnte man ruhig sagen, der war schlecht. Das weiß ich selbst. Gelb Pfütze! Okay, ich denke sie sind beide einmal getroffen. So, Catelyn, Polter, schon eine Falle auf. So, so Magda hau den Mann raus, aber das kostet leider nicht den Mann zu stunnen. Eieieiei, sie hat noch nichts dritten. Pfütze! Unterfahnenblock. Ein Wahnsinn, was sie für Schaden macht. Schade, es geht tatsächlich in die Falle, okay. Okay, das war okay, aber wie soll das healen? Aitsch, Aitsch, was ist Aitsch? Ich wollte Autsch sagen. Und, Aieieiei. So. Catelyn, farmst du nicht so gut? 11 zu 16, Aieieiei. Das gefehlt nicht. Ich mag das ganz und gar nicht so. Catelyn, farm besser. Da, schieße sie ab. Jawohl, das war mal ein schöner Burst. Stun! Getroffen! Und gleich die Pfütze darunter. Und die Soraka heilt sich natürlich gegen. Ah, klasse, keine. Ich fahr dich so ab. Komm her. Au. Ei. Ja. Also, Support. Ist eigentlich nur Pokken. Schauen, dass man ihn auch sehr schön farmen lässt. Ei. Schön die Kills vorbereiten, was da nicht wirklich funktioniert. Nämlich natürlich, ich glaube die Lane da wird nicht wirklich eine Kill Lane. Schauen wir mal, wann der erste Gang kommt von Lee Sin oder von Rek'Sai. Bei meinem Glück gegen Rek'Sai ist vorher da. Alter. So Raka ist so ein blöder Champion. Ich meine, heilen, 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 heilen. Oh. Zack. Einen Kuh ausweichen, dass er sich nicht gegenheilt. So Rek'Sai ist dann okay. Ist auch in die Falle, ist auch okay. So, jetzt müssen wir mal Zeit hernehmen. Für 10 für Geld. So. So. Schön, save spielen. Seeren wieder rein. Und weg sein hat ein Korki-Post. Jo. Ah, nicht Flash. Okay. Korki hat auch Flash. Nein, Korki hat auch gehealt. Ja, sollte Lee Sin jetzt noch mal reagieren und auch helfen. So. Und dann falle ich jetzt noch mal reagieren und auch helfen. So. Ich bin da auf Lobos zu tun. Und dann falle ich jetzt noch mal reagieren und auch helfen. Immer. Und dann fahren wir diese Korki, wo ich da über das Wasser vorhin habe. Aber ich bin der Korki-Post. Ich bin da auf dem Sandv сделken, aber du bist zu wenig Zeit. Ich bin da tot. Ich bin da auf dem Sandviertel. So. Und jetzt bin ich bei ihm. wieder vor dem Kuh stehen bleiben. Aetline, da gibt es keine Punkte in Stunt, die in diesem Kuh stehen. Das ist zwar ein Kreis, aber da muss es nicht drinnen sein. Das ist ein gegnerischer Kreis, der tut weh. So, ich sehe es, ich schaffe es sich auch zu machen. Ich schaue den Orkona. Schnell kommen wir mal von Kate. Ich bin lieber gern passiv, wir haben kein Wort. Entsteckung, die ich mir in der Lage habe, Aber er, was sieht das nicht aus? Es ist eine Sie, es ist, ein weiblicher Geschuchter. Was ist es, du kommst. Der ist sechs Chiru. Das heisst, wir bekommen wahrscheinlich noch mal Ulti. So, machen wir den Dash. Nachwürdig zahlen sie, genau. Schauen wir mal, ob wir nachher ein bisschen abkalken können vom Heimgehen. Jawohl, da steht er. So, so Racker, wenn ich so ein bisschen Schaden kriege, ein bisschen abkalken vom Heimgehen. Das kann ja interessant werden. Wieso steht Lissin einfach da? Hallo? Lissin? Hallo? Aieieieiei, ich glaube, der war gerade zu AFK. Den hat wieder ein Pinkwort mit. Und, oh ja, ist noch weg. Das ist gut. Ah, jetzt kriegt er wahrscheinlich die Karte. So, ich habe es so gewusst und tot. Ja. Dass die jetzt schon so viel Schaden macht? Der hat noch nicht mal hier was HP-mäßiges. Was ist mit dir los, Gorki? Willst du doch da sterben? Okay, Rexai probiert natürlich zum Gehen, zum Diven. Nicht mal. Der hat da gerade einen Tunnel gemacht, sonst ist er wahrscheinlich abkalken. Da ist nichts zu holen. Piss dich. Hey, 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 ich wollte hier. Backe, ich bin noch da. Kein Problem. Okay, er zieht vom Tannen. Das ist schon mal nicht schlecht zum Wissen. So, jetzt geht er der Keteln helfen. Wartiert schon gleich. Da haben wir auch fast. Ein Riesenschwert. Gehe keinem, also da sind drauf. Okay, jetzt sagt der Langdolch. Der geht also auf das Ghostblade. Catelyn geht eher auf, ich hoffe, auf den Hurricane und auf Klingenden Endlichkeits. So, 15. danach, ein bisschen Geld absahnen. Oh je, Catelyn auch, das ist schon mal angenehm. Nein, der ist echt nicht. War ich jetzt nicht für Catelyn covered? Ah, der geht nur auf die Lane gehen. 2-0-Kathos, 1-Rexe, 1. Naja, ich habe wenig Akku. So. 67, 63. Bitte! Ei, nur ein Geld. Schaden. Nur ein Mal Geld bekommen. So ein Headshot, aber irgendwie... ...machst du nicht mehr so viel Schaden gegen diese Rocker. Oh, ich bin ein Drachen. ...und ich bin ein Drachen. ...und ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Hier, nur ein Geld. Zack. Auto-Ethek des Todes. Morganas Auto-Ethek sind die Brutbalsten im ganzen Team. Okay, so hart ist es noch schlimmer, glaube ich. Ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Ich bin ein Drachen. Dieser Heal macht mir noch Kopf zu brechen. Nein! Ich bin ein Drachen. Schon mal eine 1-10-Ruhr. Oh, ich bin ein Drachen, ich bin ein Drachen. Nein! Das warst du. Du warst schon, meine neue 10-Ruhr. tp! kate! okay kate ist tot scheiße, da fleisch, da fleisch, da fleisch da cannon, um, losin, no tp! no ping, ich hab dir, ich hab dir gezeigt, dass der kommt ja, der spammt wieder, ist ein komisches Zeichen jetzt kommt leasing, jetzt kommt leasing, komm teil auf und du bist tot du bist 2 mal 90% tot ok, schön geh nicht noch mal rein, bitte nicht jetzt kommt wahrscheinlich direkt Cipher da her erst mal ich dachte, die hat da hergeholtet so, er ist ein Turret verloren, schaut nicht gut aus, Leute, schaut nicht gut aus aber die Kills sind schon aufteilt, also es ist nicht irgendwer, wer richtig gefeated ist aber DAS MACHST DU warum ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht, wieso ist der jetzt reingenommen aber ok Lachs Luchs 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 hat kein Heal und Luchs spiegelt nicht mal ist der Lack ja Luschen Heal so, ok okay so ja, ich bin ein bissl da bin ich ein bissl auf der langen Leitung gestanden ein Pink Ward für mich ist gleich ein Pink Ward weniger für sie so da war jetzt diese Oraka, die wird jetzt wahrscheinlich dabei herkommen ich weiß auch nicht Keine Ahnung, wo die ist. Was ist da? Ei! Troffen noch! Jawohl! Arthetic! Schön! Schön! Nein! Mein Schild rettet Leben! Oh! Mein Rhythm hat auch gekillt! So gefällt mir das! Wir kommen zurück, Leute! Wir kommen zurück! Das ist First Blood Turret. Wir kommen zurück! Turret! First Blood! Ja! Das ist komisch! Und das dann! Und dann eben! Aber die Funstraft! Ich gehe nach Hause! So! Ich gehe nach Hause! Wir holen mal ein paar Schuhe! Wieso? Nein, nein, nein! So ist es nicht! So ist es nicht! Das machen wir nicht! Du brichst Licht! Mein TP ab! Also mein Teleport nach Hause! So haben wir nicht gewettet! So! Quarki 104 farm! Katus 92! Komischerweise outfarmt der Quarki einen Katus! Ob er der Katus einen Kill hat! Der Quarki komischerweise unten gestorren ist! So komischer war! Der Quarki ihn bringt! Ich werde noch nicht mehr! Ich werde noch weiter! Wir schauen mal was wir wieder auffüllen können! Bei guten Zinsing steckt auch gegen 1-1-1-1! So, Kater macht das gut. Du darfst uns sicher ein bisschen reindrücken. Ein bisschen safer stehen. Und eigentlich Platz ist für einen Gank. Aber den Sim macht ja eh nichts. Okay, ja. Er hat 1, 1, 1. Also so schlecht ist er eh nicht im Spiel. Aber ja. Na, unten war er halt noch nicht. Und das nicht persönlich. Wo sind die jetzt? Ei, Korki wird gankt. Das waren 3 Leute. Oh, Abmann, lauf! Da, ich stehe einfach mal da in den Tinder. Ist da ein Wort? Nein. So, hallo! Jetzt ist er in die Fresse. Out of the deck. Okay, Katelyn setzt gleich mit Ulten nach. Warum nicht? Kann man machen. Kann man machen. Ich würde mal sagen, aus der Lane gedrängt. Da steht schon wieder dieser Pink Lord. Tote Einnahmequelle für mich. Ja. Ich bin wieder voll da. Und die Sim wartet da drinnen. Und wartet und wartet. Oh, der Stun war richtig schlecht. Geh die zu. Geh auf meinen Körper. Ja. Oh. Ja, schön. 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 Richtig schön. Aber, was macht Lee Sin da? Hey, der Stun war wieder voll daneben. Ich vergiss ihn auf die Kneippe, weil ich nicht in der Kneippe spiele. Aui. Schön, 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 schön tot. Kann ich nicht helfen. Ah, Heal. Schön gemacht für der Arcade. Muss ich sagen. Schöner Heal. Schöner Heal. Schreib doch, thank you. Ja, da kannst du dich beteiligen. Da kannst du dich richtig beteiligen. Was geht da? Torki, ich komme. Hey. Ich komme. Ich bin wieder daneben, Mann. Verbrennen. Ulti. Shield. Warum stirbt der nicht? Junge. Okay. Kartus ist OP. Nein, Spaß. Einfach schlecht gespielt von mir. Ich habe das Gerächendeit, dass der mir so viel Schaden trifft. Auf seinen Punkt nicht aufpassen. LOL. Gut. Ja, 3, 1 Kartus kann jetzt richtig umgegangen werden. So. Schau es mit Tarifen oben aus. 119, 129, 129. Ich verliere die Farmer, wo er unten teleportiert hat. Hä? Und sie verliere den Turm? Die hat überhaupt keinen Leben präsent. Jetzt, 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 jetzt. Okay, ich will nicht afraid wie sie. Ich will nicht afraid. True. Wett war nicht schlecht. Sveta, get the front. Tiffel, from now. Das kann wehtun. Das wird wehtun. Der war daneben. Ja, okay. Ist okay, ist alles okay. Ich werde mich noch rechen. Soraka. Soraka. Ich will jetzt auch nicht narschen. Hallo. Auf. Ah, ich bin ein Longstar, ja pui. Okay. Komplett der Karte ist da her. Viemlich sicher sogar. Ah, Lissin ist wie zum Berserkat, aber Lissin? Eieieiei. Okay, ich hab ein Schick nicht bereit gehabt, aber au. Oh, das schmerzt. Ich glaub ich wollen mit dem Rocket. Good job. Gebetet! Der klassische Greed. Von Lissin, ausgenutzt. Er glaubt ich bin vielleicht schon im Shop oder so. Aber denkste. Denkste. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Was? Ich f***e auch bevor ich sterbe. Keine Ahnung was geht. Der Toplane bin ich zu wenig am Schauen. Aber okay. Caitlyn steht jetzt 2-1-2. Hat nicht schlecht items. Spielt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der Kartus. Der wird zum Problem. Der wird richtig zum Problem. Da ist noch einer. Den Kills. Tötet ihn. Ich hab ihn. Jawoll. Das war schön. Spiegelsorgerät. Ich falle richtig unterm Arsch von Derex. Sie ist ja weiblich. So. Da kommt Kennen. Das ist ja weg. Der Kass ist ja weg. Der Kass ist ja weg. Ich hab den Pluboff. Dann schmeißen wir mal ein bisschen mit dem Pluboff um und zu. Piu. Schlecht. Aber ist okay. Ist okay. Ich hab Pluboff. Kostet mir nichts. Kostet mir nichts. Manna. Keine Mannaverschwendung. Pluboff immer schön ausnutzen. So. Hey. Fast ist eigentlich gegangen. Schöne Kütze. Schön. Sie gehen einfach. Wenn die denken sie haben eine Ruhe. Dann haben sie sich geschnitten. Schöne Kombo von der Cade, also Cade spielt das Spiel, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut ADC, und was will der schon wieder da, ist ein blöder Ulti, auf in die Falle, auf in die Falle, Also hier ist der overseas Versuch, der Stunpflech. Der Versuch war da, da Wille, da Wille war da, genauso wie bei der Fl Cheese, aber das können viel ein bisschen. Nehmen wir den Kleiner, nehmen wir den Minion, nehmen wir da in die Farm, wenn da keinem ist. Okay, er geht rein. Das ist so gut. Aber der Stand war wunderbar. Oh, da kommt Vorki. Nein, 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 nein. Die Reben einfach schön mit Tote abstattieren. Soll ich den die Alm in die Cade fallen? Zwiebel? Ich würde mal sagen, die typische Wiven will dann hineinflaschen. Ich weiß nicht, ob ich... Was ist das für ein Schattenfall? Das schaut aus, als würde es Sektor und darf da herkommen. Nein, ich kann Siege. 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 Gutes Englisch. Schöner Headshot. Was ist eigentlich der kleine Tepter? Ich kann das Spiel auch gerne kennen. Aber der ist ja... Alter Falter, was machst du? Was tust du? Ah, aber ich habe noch gerettet. Ich habe es noch gerettet. Support, alles okay. Wenn nur der Supporter stirbt, kein Problem. Wie bad, einfach weggehen und nicht den Kiel in Schuss abfallen. Ist auch cool. Ist richtig cool da gewesen. Nein, ich will nicht abschossen werden. Ich lasse lieber meine Supporter sterben und ich kriege keinen Schaden. Ist mir lieber. Reven 1, 1. Reven stirbt. Jetzt ist es nicht 2, 1 und sie ist richtig down. Stop. Ok, und jetzt kommt Rex 1. Stop, stop. Nein, ich brauche das. Ich weiß zwar nicht wie. Wahrscheinlich werden die Minions. Graf, genau das habe ich gewartet. Schön. Nee, du Greedy. Du bist der Reven, das ist normal, dass ich Reven die setze. Bleib da draußen. Ich rede nicht für die Allgemeinheit. Aber, wenn ihr Riffen Main seid, fühlt es euch nicht angriffen. Aber, ich bin immer irgendwie mit den Riffen, die was richtig rein gehen und einfach frontal sterben. Ich glaube, das kann es interessant werden. Das kann es interessant werden. Oh, zack. Neid drauf. Schau mal, was stirbt denn an. Ah, ich habe gesagt, das habe ich ganz vergessen. Stun auf ihn. Ok, räum auf. Du hast da oben. Ei, 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 ei. Geh weg da. Stun. Schild noch kriegt. Ja, voll. Jetzt haben sie zwar 7 Drachen, aber wir haben 3 Kills oder so. Eigentlich nicht schlecht. Aber es war der dritte Infernal. Das ist scheiße. Ey, rip. Wir f***. Nee, 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 nee. Natürlich ist es gerade nicht gut, wenn die drei Infernal sind, aber hey. Wir können das noch heißen. Ich vertraue euch da. Wir sind richtig gut. Oh, nee. Schade. Da ist ein Pink Ward. Zerstörst du ihn? Attacke. Ei, ei, das ist schon richtig low. Wenn wir 2 BC so sein, muss er schnitzen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Da steht wer. Ne, zack. Was machst du, Li? Warum? Wieso hat er uns nochmal umdreht? Hey. Fass. Ja, ja. Ich bin schon mal hinweg. Ich bin schon auf dem Heimweg, aber den tun... Ah ok, der hat mich nicht erlöst. Ist du bereit, ich mich? Nein, du willst nicht rein. Ok, alles ok. Ein Baron verloren in dem Video, aber es ist nicht schlecht gelaufen. Es ist nicht schlecht gelaufen. Wir haben 4 Barons, sie haben keinen Baron. Kate ist richtig stark. Riffen ist jetzt auch gut, ich habe 2 Level übern können. Farmer auch auf 50 mehr, das ist stark, das ist so. Ja, ja, ich bin nicht weg von meiner Kate, ich bin nicht weg von meiner Kate da. Das ist meine Kate, die bleibt schön da. Eih, der Kuh tut weh. Wenn ihr wissen wollt, was der Rexell Kuh macht... Nichts. Hey, er macht keinen Schaden. Aber er deckt dich auf, dass man auf der Kante. So, wie geht's jetzt? So, er ist auf der Wiese, der Kluge noch. Da kann ich da hin. Nein, was kannst du? Ich habe Locket aktiviert, wo ich bin. Jawohl, mein Locket hat alles beschützt und ist nicht tot. Eih. Kate, 3x Tötung. Jawohl. Alle tot von ihnen. Guck. Und darum kauft man Locket gegen Katus und Kanan. Weil sie hart fokussiert mich. Riven. Du bist ein Riven. Du gehst rein und dann kassierst. Das ist noch hart. Und nicht die 5-Fan-Skate. Fast, ey. Was zu fahr. Gut für uns. Was passt schon so? Gut da, wie ich bin. Es ist so. Schau. Ja. Ich kann mich nicht kippen. Du kennst, die 3-Fan. Ichimbus schwimmen. Ein und ich habe einen Krieg. Ich bin nicht gleich. Koppeln. Meine Jungs. Hast du zu? Schau. Ich bin schon. Deine nicht. hallo schade gehe nicht drüber, gehe nicht drüber safe spielen, safe meine Freunde das war geplant, Riven wir gehen top top ist gepusht eh jetzt kommt der Kartus, träumt die ganze Welt weg so, im pink watch stehe ich jetzt aggressiver, da in den Rutsch da steht das war nur zur Abschreckung Riven was machst du denn, ich stirb all the way up man das war die Hunde des Todes du nicht Leute hilft mir ich brauche keine so zack, rex sei auch dort easy peasy hell to let it as fadgrider der war schön insect eigentlich nicht der solar laners low level rektrolls geh rein man ich trau dir wo wo ist es oder oh kate die bank oder was ach hab ich mir nicht helfen können so schild schild stun wieso kommen immer die kleinen da wenn ich stunnen will das ist ja nicht das ist ja gemein sehr richtig die kate ist gestorben schau ich schon wieder vergesen weiter 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 leute jetzt gehen wir da ein bisschen ab da ist ein wort schaff ich denn auch das 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 ja, klar, mit einem Feuer kann man nicht vergleichen, dass es richtig ist. Da hast du recht. Aber wir brauchen schon Feuer. Wir werden die Zerre legen. Package. Wenn man ein Wort freie hat, bevor er darstitten wurde, den ich verbrauchen wurde. Hallo, Suraka! Hahahaha, hallo, Rix, hey! Kommt da einfach Sneaky aus dem Busch! I-Mail-Push-In-Bout! Ich zerstöre Vision hier oben! Und der Tommy. Und der Tommy. VOLT! Aber für sich ist Rexettles zerstören nie so gut, weil dann wissen die Gegner wo du bist! Also zumindest so ist einer dort. Oh, jetzt machen wir einen Horror. 1-4-19. schaff ich glaube, wir sehen sie mich ja rein mit dir es gibt nur ein weg und das ist rein wie kann ich den stun verfehlen aieieieieieieiei aieieieieieieiei hei 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 kauf ihn noch nicht ein teil bläbt vielleicht überlebt das hoh ha ok er ist am deathfire gestört deathfire stetsch vergesst es ist kein kein stundenklasse noch nicht blieb ist noch nicht hier ah der fene wird schon langsam defekt i know how it will end bring the game yo 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 then come back then lose na 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 ah gil wir haben das kate wir haben das wenn du ein bisschen safe stehst ich konzentriere mich auf dich beschützt dich dann haben wir das jetzt gehst du zum baron und deswegen müssen wir Turrets ah schontenklaß jawoll so und jetzt kommt passt auf jetzt kommt der morgsteil ich hab's im urin im urin hab ich's ah bin viel zu spät dran aber kann das nicht ah wo war's klären schnell um den baron zu ziehen ei naja die griffen schafft es nicht now we have a problem die griffen schafft es einfach nicht über die mädel zum springen kommt das luise vor oder ich hab die jetzt dreimal gesehen und dreimal hat sie es nicht geschafft also ich weiß es nicht lucian hat ja als dritte sie kommt ok ja jetzt weg geh weg ja die kaker zu raus geschafft dass das zählt Oh du nicht! Du sollst nicht passen! Wiederher! Oh sie! Eigentlich war der Kampf nicht schlecht für das, dass sie Baron gehabt haben und wir eigentlich engaged waren sind und die Wild Decade fast erwischt worden ist. Es gibt sogar nur Flasch, also... Gar nicht zu übergangen, eigentlich. Stopp! Lee Sin, was du... Was tust du Lee Sin? Warum bin ich als Supporter das gleiche Level wie der Jungle? Das darf normalerweise nicht sein, aber okay... Ist okay, just kick! Hau! Hennen! Hey! Hey! Jetzt wollen sie es wissen... Jetzt wollen sie es wissen... Wer ist unser Mitbringer? Hast du Package mit? Nein! Das sehe ich mir egal... Ja! Braille Night Guard gewesen! Warum ist der jetzt Level 17 der Junge? Hallo? Okay! 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 Das macht die Reven da drinnen! Und du nicht sterben! Und Kapus! Ähm! Sind alle tot? Ja! Sind alle tot! Okay! Okay! Ich bin auch tot! Wieso geht Reven hinten rein? Uiui! Ich hab geklappt! Nee! Moine leer! Oh Mann! Du bist mit der Anfeuze! Ja, Gott! Ich ist jetzt nicht zufrieden! Wenn der nicht anders klartet... Ich verstehe ich nicht, wie soll die Reven da reingangten müssen... Ok, ich kann hin und rüber painted. Ich werde dann in Miger durrt, wenn ich das dann zu spielen mache. Und? Sie wollen beenden? Sie können beenden. Wieso sind die auf einmal Level 18 und so? Sie können beenden, sie werden beenden. Oh,ỗkip. Das war's,steig auf. Vielleicht,das war's. Geh,gehn. Geh. Das war richtig schlecht, der letzte Tinker bei uns hat uns alles gekostet. Naja, man kann nicht immer gewinnen, Leute. Das war's mit einer Runde Support Morgana. Haut rein, viel Spaß bei euren LOL-Spielen. Und ich hoffe, dass ihr wenigstens gewinnt. Ciao.